Sind Sie bereit für Bürowelten der Zukunft? Für Räume, in denen Menschen sich wohlfühlen und gerne arbeiten? Für Räume, die ihre DNA zum Ausdruck bringen, die Kreativität fördern und viel Flexibilität für die Zukunft bieten? Mit unserem Bausystem für Bürogebäude haben Sie alle Möglichkeiten. Zum Beispiel von New Work inspirierte Arbeitswelten zu gestalten. Work Together – für jede Aufgabe die passende Umgebung. Mit viel Raum für Austausch und Spontanität. Vertrauliche Besprechungen treffen auf konzentriertes Arbeiten. Beste Bedingungen, um flexible Arbeitsmodelle umzusetzen. Lust auf modernes Arbeiten mit Industrial Charm? Eine offene Architektur. Flexibel zu gliedern. Dazu Rückzugsorte. Vorhangzug gibt Ruhe und Privatsphäre. Einchecken und loslegen. Küchen oder Cafés als entspannte Treffpunkte. Kommunikation vielfältig gedacht. Offen oder abgeschirmt. Dabei immer transparent und flexibel. Sie lieben es klassisch elegant? Gerne. Vom repräsentativen Besprechungsraum. Über Einzel- und Doppelbüros. Bis zu offenen Bereichen. Individualität. Mit viel Freiraum für Entwicklung. Was ist Ihre Welt?